hallo freunde hier ist wieder master 0 und willkommen zurück zu strider das letzte mal wurde ja unser netter professor typ für den plat gemacht von unseren obermacher und naja das übliche halt und so wurde auch mal wieder neuer rivalor was der geier was ich finde ich war vorgestellt aber ich denke mal mit denen haben wir leichtes spiel wir müssen noch ein bisschen damit auch immer noch alles kann man nur los und abwärts hatte dingo ich liebe die dinger Hallo? Oh nein. Fuck you. Muss ich jetzt innerhalb von einer bestimmten Zeit hinkriegen? Wuhu. Ah, fick dich. Dann eben nicht. Dann eben sneaky. Was zum fuck? Okay, hier sind nur eine Konzeptzeichnung. Ich möchte gerne schreien hier. Nee. Nee, das auch nicht. Oh. Ähm, ja. Oh, ho, ho. Oh, die Dicke mag ich nicht. Die machen ja aua. Oh, shit. Wo kommst du, Waddleherr? Mann, what the fuck? Fuck. Whoops. Ich bin weg. Ah, ha, 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 ha. Fuck you. Nein. No, 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 no. Oh, hi, hi, du, no, 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 no. Da, 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 da. Ihr sagt nichts gegen Master Ninja. ja genau das ist passiert was im letzten video gemeint habe die schilde mit den blauen und den und den orangen da muss ich nicht auf laden so hier aber bei standard schilden da muss ich natürlich auch aufgeladen haben diskriminierung diskriminierung steht das hier ist es nicht du nicht gegen kopf das empfindlich ha ha wenn wir sind so und das hier auch nichts wee nope 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 oh oh fuck oh oh das ist toll die neu oder weiß ich dann weiß ich, was die nächste dass die nächste kraft freischalten wird und das nichts nette farben schönes neongrün exploits ich krieg nicht mal irgendwas von denen ich hab das scheiß ding da nicht getroffen das ist die nirgendwo die 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 lustig der mieter noch hoffen das war für sie wieder die tue ruhig gerade hergekommen wird du sollst auch sterben die das hier ist nichts und nichts 6 was Na, Boss Room. Hi, da bist du ja. You rock. Und die Voted Shaman. Oh oh. Super, ein Wasserbändiger. Ah, ich seh schon mal an seiner Brust. Die violette Energie. Ups. Oh, hi. Ach ja, nächste Phase. Oh shit, was ist das denn? Au, 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 au. Oh fuck, Leute. Ich versuch doch auch bei dem hier. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Au. Oh oh. Okay, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das hier ein, dass das hier ein, ähm, ein Durchlauf ist, aber, ei, 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 ei. Fuck you, bitch. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich den so früh begegne. Okay, sieht auch aus wie ein Bossrauben. Gut, okay. Ich kapier's. Oh, jetzt bin ich's. Hilft. Wie mach ich? Na, der Panther. Wer hilft mir die Option weiter? Genau. Schamane. Ich mag irgendwie die, ähm, dieses, ähm, gemixte mit, mixte mit den, ähm, Technologie mit, den mystischen, Oh, sehr. Oh, range. Ich glaub, ich hab nicht viel Schaden, der ist gemacht hat. Dreimal? So, dann macht's denn das dreimal? This time? Oh, fuck. Ich bin zu spät. A1 gedrückt. Okay, nächste Phase. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh oh. Ah, fuck! Okay, also ich darf sie auch nicht berühren. Ich bin schon weitergekommen. Guuuut! Alles eine Sache der Übung. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich hab's früher oder später an der Tasche. Obwohl ich ein bisschen zu viel rumgealbert habe am Anfang, kam ich weiter beim ersten Mal. Aber jetzt weiß ich wesens, worauf ich mich einlasse. Okay. Erster Modus. Richtig hinsetzen. Ah, Mist. Vielleicht ist er immer, dass er einen Dritten raushaut. Okay, jetzt kommt wieder die Welle. Ach, er haut nicht jedes Mal einen Dritten raus. Okay. Also ist das nicht ein Reboot, sondern wirklich ein Report-Witzel für eine Story? Okay. Oh nein! Oh nein! Ah fuck Ah, Mist Oh, 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 yeah Ah fuck you Ah, Mist Nein, ich bin schon so weit gekommen Ah fuck you Ja Fick dich, bitch Und danke für das Upgrade Magnetische Chieferer, wusste ich's doch Chieferer fliegen wie Bumerangs von Hiryu Aufgelandene Angriffe haben eine größere Reichweite Ausrüsten mit den Linken Okay, dann haben wir auch alle vier durch Standardfeuer, Eis und Magnetisch Kapitansignal entdeckt Okay, aber dafür kann ich nicht so einen Dauerschlag machen Aber dafür habe ich ein Short-Range-Projektile Und so wie es aussieht Uh, nicht schlecht Mal kurz gucken Okay, da oben ist wahrscheinlich dann Damit ich dann wieder da Irgendwie beim Backtracking wieder durchkomme Aber erstmal nach links Oh nice Vielleicht ein paar Gegner Okay, also sowas ist es nicht gut Ah, aber jetzt gehen wir erstmal nochmal zurück Weil Speichern Vielleicht will ich diesen Bullshit nicht nochmal durchmachen Ey Dankeschön Spiel Wo müssen wir eigentlich hin Ganz da nach oben Okay, dann müssen wir wahrscheinlich Hier links ist irgendwas Und dann müssen wir wahrscheinlich hier so rum Wäre jetzt meine nächste Vermutung In Violett sieht das gar nicht nur so schlecht aus In mir Da ist nichts Okay Oh Hi Oh, da ist alle mit dem Shit Okay, also das Darf ich dann nicht so sehr spammen Mit meiner Anderen Schieferisch Angriffe Oh Okay, da geht so lang Okay, das ist nice Hab grad auch irgendwie bemerkt Die fliegen Hm, da waren aber grad irgendwelche Die sind Nicht Okay, die fliegen nicht immer dieselbe Äh, dieselbe Richtung Komm her Kunai Upgrade Wo ist er? Eins von vier Wie viel hab ich bitte schon verpasst? Wie viel Kunai Upgrades hab ich eigentlich verpasst? Ohne Scheiß Oh, hi Oh, hi Oh, hi Weida Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Aber man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, dass man, äh Oh, hoch, hoch, hoch Feininfo Dass man nicht Unendlich spammen kann den Schlag Näher Über den anderen Oh, fuck Hi Oh, Graviton-Bullshit. Yay. Genau das, was ich wollte, Leute. Spiel mir ein bisschen 2D-Mario-Galaxy. Yay. In ein Strider-Spiel. Why not? Hahaha. Hoho. Ah, nee, ist das Mickey Maus. Sorry. Hat all die Mickey Maus-Ferste da draußen. Das war genau richtig. Das war nicht mal geplant. Hahaha. Fuck. Jetzt wäre da eine Plattform gewesen. Oh, du Schwein. Feicher Punkt. Danke schön. Na, ein bisschen Zeitung noch. Nehmen wir erst mal den Standard. Hahaha. Warte. Ach komm. Ich hoffe, es war richtig. Ich habe nämlich nicht auf meinen Pfeil geachtet. Aber es sieht richtig aus. Fuck, wie schnell ich mir unterwegs bin. Okay. Ah, okay. Gut, was haben wir hier? Ah, okay. Straight nach oben. Obwohl, komme ich da durch? Sieht massiv aus. Ich hoffe, ich muss nicht irgendwo hier Side-Tracking machen, obwohl... Nee, es sieht so aus. Es ist, wenn ich nach... Direkt nach oben ankommen. Hahaha. Hi, Leute. Oh, fuck you, bitch. Ganz so weit nach unten wollte ich nur nicht. Ah, okay, gut, nach links. Links nach links. Oh, die roten. Oh, Akitenwerfer, Leute. Ah, hi. Oh. Wee! Wee! Fucking ninja. Ah, fuck. Ah, ich hasse die Dinger, die an mir dran kleben, ey. Oder allgemein. Und ein bisschen kleben bleiben. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen extra leben und nicht noch mehr hier verballern. Oh, hi, dich hab ich nur gleich entdeckt. Sweet! Wee! Und wee! Okay, warte mal. Ähm. Hä? Dankeschön, nein. Wollt ihr mich verscheißen hier? Wow, what the fuck? Wo bin ich? Die Kamera hat mich hier nicht verfolgt. Die Gritty Ninja. Das ist das Spiel mit ihm mal anzeigt. Geil. Ah. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Hm. Ja. Why not? Turm. Turmplaza. Uh. Hier war ich schon mal? Oh, wartet mal. Hier ist es also. Ich glaube, das hebe ich mir doch für das nächste Episode auf. Das sieht sehr wichtig aus. Ich meine, das sieht richtig, richtig wichtig aus. Ja. Ich denke mal, für das nächste Mal. Uh. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Na gut. Uh. Aber der Boss kommt, der war gut. Auch wenn ich, wie habe ich jetzt abgekratzt? Zweimal, dreimal. Naja. Ich habe keinen Meister vom Himmel gefallen. Auch wenn ich manchmal so schnell Kopfschmerzen habe. Aber naja. Na gut. Dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und naja. Wir sehen uns das nächste Mal. Baba Leute. Da. Vielen Dank.